Zurück bei The Last of Us Part 2. Wir sind mit Dina oder Dinah? Heißt die Dina oder Dinah eigentlich? Dinah. Dinah im Dinah. Genau. Ich frag mich eher grad, das ist die wichtige Frage, wer von uns ist Brains und wer ist Brawn? Was ist, wenn wir beides nicht haben? Und wer ist der Villain und wer ist der Hero? Auch nicht, die sind auch in der Mitte. Naja, man kann anscheinend hier noch diese Karten sammeln. Im ersten gab es ja auch die Sammelsgeschichten. Hier sind es jetzt diese Drück-Mars-Anzeigen. Die sucht welche Heldenkarten? Das muss sein. Wie wissen Sie? Ich meine, was ist, wenn sie alle nur wie uns sind? Sie leben nur Tag zu Tag. Na, ich schreibe neue Musik, also jemand hat eine Kamera. Warte, warte, da sind die originalen Ellie-Songs? Warum hast du noch eine für mich gespielt? Ich weiß nicht. Die original Ellie-Songs? Können wir mal gucken, ob wir hier noch reinkommen. Das sah aber nicht so aus. Nee. Nee. Na dann. Sie hat echt Stiefel an, ne? Ich hätte es auch gedacht, dass sie wie in Teil 1 diese Turnschuhe an hat. Aber nicht so aus. Aber nicht so aus. Du sagst mich nicht. Es ist doch egal. Ich bin so aus, aber nicht so aus. Ich habe doch jetzt das Days Gone durchgespielt, da gibt es ja dann auch Wildtiere, die rumlaufen, so große Bären und sowas, und das ist immer so krass, wenn du dann vor den Bären wegläufst und dann läufst du blöderweise in so eine Zombie-Horde rein, wie die dann aber auf den Bären losgehen, wie die alle auf den draufspringen und den von allen Seiten quasi vollzuschätzen, so richtig übel. Das ist ja extra so gemacht. Aber das ist halt echt, wie wenn ich die Geräusche aus allen Ecken komme, so auf diese Schreie halt, das ging mir in den Wald vor, und dachte mir, das ist von rechts, von links. Aber das ist immer voll schwer zu orten. Aber es lieber nicht eskalieren lassen, sonst haben wir sie alle am Hacken, deswegen idealerweise. Ach so, du hast zusätzlich aber auch nochmal eine Pistole. Ich habe ein Pistolegewehr und das Messer kann ich so nicht aushusten anscheinend. Den Backstein unten müssen wir erst noch finden. Auch ein Höhepunkt des ersten Let's Plays. Mach aber die Lampe aus, Kind. Will ich das? Hau ich die Mode. Ja, das war er. Bro. Ja, die schlägt gleich mit dem Messer zu, oder was? Anscheinend. Du musst die erst irgendwie stunnen. Mit der Flasche zum Beispiel. Oder einem Backstein. Das ist, was wir in der Flasche zu kommen. Wie hat der Flasche in den hier? Ja, das ist eine gute Frage. Was ist das die meisten infekte, die du hast auf der Flasche genommen hast? Das muss ich mit Joel, ein Jahr oder so, als ich hatte. Es war, ich weiß, ein paar. Du? Ich habe über 20 Minuten geöffnet. Du, hier. Warte mal, da wär's noch. Da war überhaupt nichts. Aber da lag auch glaub ich in der Leiche was drin. Achso, das kann sein. Da in der Leiche lag glaub ich was. Gibt's ja auch noch an der Leiche? Echt bei dir rein? Pistolero. Der ist doch draußen, oder? Der ist da draußen, ja. Ist da ein Zaun dazwischen, oder kommst du linksrum auch an den ran? Glaub ich würde jeder auch rankommen. Ja, dann stech den ab. Oh fuck. Das hier ist jetzt gleich weg. Geschwind. Da legt Kina den Geratschen auf. Kina. Sehr gut. Teamwork. Da lag ein Backstein glaub ich im Boden. Da wurde grad eben lang gelaufen. Das lag irgendwas rot schimmernd am Boden. Links. Schau mal in die Schuttladen rein. Nerven. Wo was lag, was schimmerndes am Boden? Jetzt geradeaus und dann links. Jetzt drehen wir mal kurz um. Da geradeaus vor. Liegt da nix. Da. Lied glaub ich was. Ne. Da ist nur so ein Licht, denke ich. Wie so ne Katze. Mit so nem kleinen Laser kann man nicht über lang laufen. Coming. Ich glaub hier ist nichts mehr. Das ist bei meinen Katzen so süß, wenn man irgendwie morgens, äh, wenn da grad Sonnenaufgang ist und die Sonne so zum Fenster rein scheint und man dann irgendwie auf dem Handy oder auf dem iPad ist und dann wird da so ein Lichtreflex gespiegelt, dass sich völlig unvermittelt springt die Katze die Wand hoch, weil sie diesen Lichtreflex versucht zu kriegen. Alright, go ahead. Ähm. There's a hole in the roof over there. Here. Thanks. Look. See? Alright. Let's figure out how to get in there. Aber ist das eigentlich gerade ihre Aufgabe? Weil sie sind ja lang geritten, sie sollen ja infiziert erledigen. Ja. Solange sie das können. Und haben ja diesen Elch gesehen. Ja, okay. Und dann gucken sie halt, dass sie die erwischen, die das gemacht haben. Bloß wenn's halt zu viel wird, sollen sie sich zurückziehen. Oh. 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 Sie hat das denen nicht gesagt, ne? Das hat sie denen nicht gesagt? Sie hat nicht gesagt, dass sie immun ist. So. Drück mal Dreieck, da liegt die Wand auf euch. Das war's ja. Du müsstest nicht mal heilen. Du bist schon ganz schön runter geworden. Ja, das wollte ich ja eben. Hast du mich sch... Da? Es steht null. Null Net Kids. Aber kannst du denn was basteln inzwischen aus dem Zeug? Also wenn du mal diese Tasse drückst. Medikit? Wie ist das? Hat mal gedrückt. Geht nicht, oder? Ne. Schaut genau, was rumliegt. Hier irgendwie hoch. Aufs Dach. Dann können wir wieder zurück. Mal gucken. Ne, können wir da hochklettern. Das müsste glaube ich gehen. Ich gucke mich hier nochmal kurz noch um. Ich glaube über den Truck kommt man dann rein. Oder hier geht's auch. Über den Truck kommt man aufs Dach. Wenn man da über das Huberhaus und da hoch, wo was hier noch ist. Da kann man sich irgendwie durchquetschen. Da. Das sieht doch gesund aus. Pillen sind immer gut. Und ein Brief. Ma'am, es tut mir unendlich leid, was passiert ist. Ich wollte Ihnen nichts tun. Ich wollte nichts aus Ihrem Laden außer den Medikamenten. Ihr Mann hat sich auf mich gestürzt. Was hätte ich denn tun sollen? Meine kleine Schwester kann ihre Füße nicht mehr spüren. Ich brauche das Insulin. Also alles... Was? Alles Horten? Alle Horten es für sich. Sag mal. Was hätte ich denn tun sollen? Ich hoffe, er überlebt. Es tut mir leid. Kann ich denn daraus dann... Ne, das ist dieser... Das ist das hier. Das ist dafür, ne? Und diese Ressource um... 17 haben wir. Dann kann man sich ja dann irgendwie Sachen freischalten. Na gut. Ja, dann übers Führerhaus hoch. Ja genau. Das draufsteigen. Ich tue da steigen. Mit Schwung. Das mit Schwung. Das auch mit Schwung. Ich bin gleich. Werden wir ihre Herrsp natten lassen? Herrspotenz. Derね. Zeit zu schieben Das ist Alkohol, oder? Ah, guck Das bauen Sehr gut Oh oh Guck mal, sie nimmt jetzt auch die Maske, wo sie sie eigentlich gar nicht bräuchte Um ihre Geheimnis, ihr Geheimnis zu bewahren Oh, das ist so süß All diese Spores mean they've been here for a while Keep your eyes peeled for all they're infected I don't know I think we're above it Let's get to the ground floor So we're seeing, oder? Mir wäre jetzt nichts aufgefallen Bläh Da kann man was angucken Dieses Jahrbuch, da hat er diese Abschlussfotos Green Place Market Mitarbeiter des Monats Das ist okay Das ist halt irgendwie so in einer Schule so ein Ding Z45, was ist das da oben so in den Das ist ein Schriftzeichen Ja Falls man was lesen kann, weil wie Ich dachte, die unterhalten sich dann drüber, aber irgendwie Ne, das sind drei Punkte und so Sprechblase Wenn da was zum reden ist So passiert das übrigens, wenn ihr das, was ihr neben der Couch verschüttet habt, nicht aufwischt Für drei Wochen That's how you get ants Ja You want ants? That's how you get ants Das haben sich unsere Popkulturreferenzen in den letzten sieben Jahren auch kein Stück weiter entwickelt Nichts Wir, wir auch halt Solange es nicht rückwärts geht, bin ich eigentlich noch zufrieden Von daher Dass ich den Status Quo halten kann Der erwarte ich schon nicht mehr im Leben Es geht hier nur doch darum zu verwalten Mehr ist gar nicht mehr zu erwarten Ah Ah Oh 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 Lecker Ich hatte euch einen Lippen sondern der 老師 aufgezählt Oh 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 Die Schau! Ah! Oh, clickers. Here we go. Keep it extra quiet. Man kann die mit diesen geworfenen Sachen ja auch ablenken, ne? Ja, muss man das unten hinschmeißen, dass die dann dahin rennen. Moment, ich will jetzt mal gar keine Geräusche machen, das finde ich auch ganz gut. Solange das klappt. Kannst du das vielleicht auch für den Rest vom Let's Play Roleplay? Ja. Ja. Ja, wir getten jetzt schon the fuck out of here. Den Rest gibt's nämlich dann in der nächsten Folge von Last of Us 2. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.